Hallo, willkommen zu Let's Play Crysis mit mir, FroGoggy. So, auf geht die wilde Fahrt. Wir haben keinen Bock mehr. Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Was geht denn da hinten ab? Soll ich das mal kurz checken? Ich hoffe, das Ding da hinten schießt nicht. Ich speichere lieber vorher. Moment. So, man sieht, Spiel gespeichert. Damit sind wir safe. Genau. Oh Mann. So, guck mal. Hast du vor zu schießen? Nee. Okay. So, mach es auf. Klopf, klopf. Nicht? Na ja, dann halt nicht. Okay. Und, aufgepasst. Boah. So, und zack. Und los geht das. Jawohl. Wuh. So, dann wollen wir mal mit Vollgas der Storyline folgen, ne? Das Gelände. Oh yeah. Boah, 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 boah. Da habe ich den Griff verloren. Hahaha. So. So. Hier scheint es echt nicht weiter zu gehen. Aber wir müssen da hoch. So, Beweise vernichten. Wow. Dass er zum Schluss noch den Lowrider raushängen lässt. Hätte ich nicht gedacht. Geht. Passt. Läuft. Oh, Steinchen. Na? So. Können wir mal alles mal weitermachen. Was haben wir denn hier? Wow. Italisch. Hm. Nomad, ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke ihm meine Koordinaten. Kommen Sie her. Okay, Dschungelatmosphäre. Wow. Es schreit hier förmlich nach Gegnern. Hoppala. Ich glaube mal, es ist nicht so gesund, wenn die hier was fangen würden. Rotkäppchen. Na? Double Kill. Warum nicht? Hatt' ich schon lange nicht mehr. Aha. Jemand ganz Wichtiges. Oh. 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 Latz, du bist im Weg. Ah, er ist oben. Der war es nicht. Aber auch gut. Oh. 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 Ist er nicht mehr ganz trost. Oh. Ich habe volle Mohn. Stimmt ja. Da war ja was. Ich halte es echt nur noch drauf. Das macht doch echt keinen Spaß mehr so. Hä? Ich muss ja auch treffen. Nicht immer nur versuchen, Lackshots auszuteilen. Gut. Voran hier. Im Galopp. Eischritt Marsch. Verdammt, ich habe Kontakt. Hier wimmelt es von KVR-Truppen und weiß der Teufel was. Irgendwas töntet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Ich rücke flussaufwärts zu einem Höhensystem vor. Treffpunkt dort. Ich bin unterwegs. Was ist es denn? Was darf da hin? Yo, yo. Wollte ich auch gerade sagen. Scheiße. Ich hasse euch mit euren Schrotflinten. Ihr könnt damit umgehen. Ich nicht. Warum denn nur? So, war es das? Ich habe den doch erwischt. Hm. So. Was ist es denn? Total gefroren. Ach du Scheiße. Oh. Okay. Hoppla. Oh mein Gott. Offenes Terrain. Wo seid ihr denn? Gegner. Ihr schreit ja förmlich. Ah. Einer. Vorsicht, Nomad. Da kommt eine KVA-Patrouille auf Sie zu. Ja, nee. Ist klar, Digga. Hab schon gemerkt. Konzentration. Was soll ich weiter dazu sagen? Es ist scheiße, Mann. Der Kommentarfluss baut sich nicht auf. Was ist los? Irgendwas ist kaputt. Log 1? Ach, hast du es schon. Ne, 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 ne. Okay, er hat irgendwas cooles gerade gemacht. Ich hab's gerade aufgenommen. So, ich sollte irgendwie gucken, dass ich die ausschalte. Aber ich bin hier zwischen... Was weiß ich wie vielen Typen. Leuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin auf einer Anhöhe eindeutig besser. Viel besser als die. Ach, wenigstens freudenstrahlend. So, Gott. Heftig. Heftig. Gott. Wisst ihr, ich versuch wirklich mein Bestes. Es ist echt schwierig. Ja, das Beste draus machen. Aber warum zum Geier? Aber warum zum Geier? Unten links. Warum ist der Balken orange? Man sieht mich irgendwie. Aber eigentlich doch nicht. Wie, was, wo, was? Sniper? Sniper? Von wie denn? Von, von, von... Boah, der Ekelhafte. Geht doch. Uff. Noch mehr? Hoppla. Oh. 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 Warum werft ihr keine? Wenn ihr nachschreit, ist es so bekloppt. Dann werf doch. Dann werf doch. Boah, die schlucken Kugeln ohne Ende. Oh. Sorry. War nicht so gemeint. Echt heftig. Echt heftig. Ihr wisst, was ich meine, ha? Echt heftig. Hört ihr das? Ich würde mal gerne wissen, wo hier noch ein Sniper rumlungert, lauert, lungert. Irgendwie so. Oder beides. Laungert. Heilige Scheiße sind das viele. Ich glaube, ich verziehe mich da nach oben. Moment mal. So, jetzt. Na, wirst du wohl. So, und jetzt hoch da. Nomad, komm schon. Sehr schön. Jetzt wäre ich gern zu dem Sniper hier vorgedrungen. Oh, hat er sich versteckt? Der lag doch hier irgendwo. Ich hab den doch hier irgendwo erschossen. Hm. Aber ich sollte dann jetzt echt schauen, dass sie anderen dran glauben müssen. Hab ich zwei nebeneinander? Ja. Rotkäppchen. Gar nicht gut. Granate. Ich finde dich. Ich komme. Stirb! Komm schon, wirf, 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 wirf. Hol dich den Kerl! So. Stirb! Ganz locker. Sie schreien immer nach Granate oder ist das irgendwas Koreanisches, das sich genauso anhört wie das Wort Granate? Sie schreien Granate, aber werfen keine. Wow. Moment mal. Granate. Granate. Ich kann mal sowas werfen. Eine Flashbang. Wie? Ihr habt die gesehen? Nicht gesehen, meine ich. Runter, runter! Oh. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Vielen Dank. So. Und ihr hoffentlich auch nicht. Gebt mal her. Ich bin noch viel zu ruhig, viel zu ruhig. Das muss viel hektischer gehen. Gorgi, komm schon. Das kannst du doch. Also, Highspeed und hinterher. Dann passiert halt so ein Scheiß. Ach, verdammte Grütze. Bis zum nächsten Mal. Mit mir, Fragoggi. Alrighty then. Yo. Hahaha.